Schön, dass ihr da seid, Getränke habt ihr, sonst die bedient ihr euch, los geht's. Schön, ich freue mich, dass ich heute da sein kann und ein paar Sachen erklären und zeigen, was wir so machen, messen und gewähren. Wir haben einen Hauptgewinn, das ist ein Motor-Shirt von Lombo, das haben wir Ihnen gezeigt. 70! Sehr gut! Sehr gut! Vielen Dank. Vielen Dank.